So, da sind wir wieder. Wir haben es jetzt gleich 12 Uhr. Ich habe zwei Stunden geschlafen, nur dumm rumgelegen, sagen wir mal so. Und jetzt schon mal einiges getan. Guckt euch das mal an, wie schön das geworden ist. In sechs Stunden, sieben Stunden ist die Jury hier. Da ist unser lieber Gerald. Der sieht auch ganz fertig aus. War für seinen alter Top frisch. Nach zwei Stunden Schlaf. Du hast gar nicht geschlafen. So, jetzt gehen wir einmal hier. Wir haben alles wieder hier. Und das Beste ist natürlich unser selbstgemachter Schnee hier. Das ist natürlich super. Wenn die Gäste reinkommen, dann schneidet es nämlich. Und ich meld mich wieder später. Tschau.